wo müssen wir runter geradeaus neues tier entdeckt was habe ich geflucht bis ich diesen blöden waschbären gefunden vielleicht habe ich auch gerade waschbären gesehen danke sei zu gnädig hat sie schrien die jahre ist es da vorne die 8 jetzt ist doch eine insel bloß ganz kurz ich stelle mich mal kurz her ins wasser ich mache mal kurz eigenwerbung warte pass auf wir gehen mal kurz zu dem baum ich bin jetzt am heiligen baum da ist nämlich ein teil für die steinschlosspistole ist die grafik nur so hässlich bei mir ich verstehe das nicht sah letztens irgendwie schöner aus ja verpassen anschluss nicht ja mein junger immer diese treiberei und machen 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 ja nachher knörst du rum wir wären nicht fertig mit dem spiel wären wir sowieso nie fertig ist es doch wie es immer ist ist da nichts bei euch ein leeres loch ein leeres loch wisst ihr was ich mal denke wir sinken hier das richtige loch doch okay also es ist hier wirklich keine ahnung tja schon gelootet Moment wer will ich nicht das ist ein teil davon es gibt insgesamt 8 teile ach und du kannst es jetzt nochmal aufsammeln oder was ich konnte es nochmal aufsammeln ja das ist ja interessant das ist ja sehr interessant spielfehler aber ein nützlicher fehler so was haben wir jetzt hier noch ich habe noch einmal gebratete Nasen hier eine getrockneten ziehen wir noch rein super schön sap gleich okay komm lass uns mal nicht den fokus verlieren wir wollten ja äh taucherausrüstung oder sowas ich habe noch ein bisschen shikori mitgenommen für deinen garten das ist doch nicht so richtig mein sohn hat letztens ich kann euch ja geschichten erzählen ey mein sohn hat ja an weihnachten scharlach gekriegt ne ja und da habe ich dem medizin geben wollen weil ich erstmal nicht wusste was der hat oh die gelie hat einen tipp rausgehauen die gelie jetzt müsstest du theoretisch eine e-mail bekommen die du bestätigen musst und dann müssen wir mal gucken ob es geht also da hat er alzschmerzen bekommen und ich habe ihm ja und da habe ich ihm ein hustenbonbon geben wollen also ich bin hier ein hustenbonbon ich sag du bist rot von der farbe her ach so ja dann habe ich mich doch angemalt du hast recht ähm ganz kurz ihr müsst einen sich suchen einen kleinen teich ich auch cool einen kleinen teich um uns abzuwaschen meinst du oder was nein zur orientierung ach so einen kleinen teich so hier ist einer jedenfalls gehe ich zu meiner frau und sage pass auf ich gebe dem jetzt einen hustenbonbon und da habe ich also dolo dobandan ne hashtag werbung rausgesucht und da steht aber drauf dass es ab zwölf jahren ist ne so jetzt pass auf dann gehe ich in den schrank hier ist die grüne fahne hier rein ok dann gehe ich also an den medizinschrank und gucke was wir noch da haben und da habe ich was anderes gefunden und da habe ich ähm gefunden wie heißt das gleich nochmal neoangin und da sage ich gebe ich zu meinem sohn und gehe zu meiner frau ins baat und sage so ich habe ihm das neoangin gegeben das ist ab sechs jahren und da kommt mein sohn angelaufen hinterher und sagt hm ich wünschte ich wäre fünf so ne dinge halt so eine solche sache haben wir erlebt wie ist der ihr seid in schlagweite naja relativ ja ja ne ne dass ihr den anschluss verliert meint ihr noch ne nen zug sehen wir noch so okay gelie hat einen tipp da gelassen aber es kommt nichts im video ja ist richtig schade habe ich es irgendwie doch noch nicht richtig eingerichtet weil eigentlich müsste da jetzt was kommen mit eurem text und so oh was guckt mal links guckt mal links guckt mal links da liegt erstmal einer der schläft da da wo du oben rennst du da ist feuer hier hängen irgendwelche leute genau das müssten eigentlich passagiere sein ach so genau die uhren kann man ja auch für was sie brauchen ja bomben machen hab schon eine gebaut echt hab schon eine bombe gebaut ja hier ist feuer nicht dass wir da in der nahe rennen mach ich nach ja ja ach guck mal hier hinten gab es ein spielzeugteil gibt es hier hinten dafür ja hier ich habe ein spielzeugteil in der hand muss man hier gucken in der ecke liegt das ein bein war es glaube ich ja ein bein habe ich hab ich jetzt auch ja der ist äh rechts äh es ist das verkehrte ich hab das schon ich hab das gelesen schon olle ich hab nur versucht es zu also äh nicht zu groß zu erwähnen oh aber danke für den tipp auf jeden fall so wollen wir mal schauen oh hier ganz viel geld ganz viel geld ohne ende kohle die dicke kohle von dicken batzen tja auf der insel hier lohnt sich das nicht geld zu haben glaube ich doch es gibt ja später noch ähm automaten ach so stimmt geld auch ermahnen hihihi hm genau ec mastercard du brauchst da unbedingt ne visa ne weiss ich nicht ne mastercard brauchst da mhm die goldene kommt dann die einheimische polizei und nimmt sich fest was so gucken wir uns erstmal den genau an was genau ist denn dem hier widerfahren was hat denn der da was hat denn der da klebestreifen überall also letztens haben wir ja eben den haben die ja tennisbälle in den körper gesteckt ohne ende ja aber das hier ist doch kein tennisball was hat denn der hier klebeband ähm was mich aber wundert eigentlich sollten hier gegner sein die hast du schon weg gelootet gerne ja ist schon klar ja aber dass sie nicht neu spawnen das wundert mich sind kaputt alle verballert die haben gesagt wir haben schon einmal auf die fresse gekriegt das reicht guck mal hier steckt ein taschentuch in der halben frau hast du das mitgenommen Taschentuch in der frau ja in der halben hier in der halben frau steckt noch ein Taschentuch ja hab ich hab ich oh ich hab hier was gefunden warte was ist das denn ein bild von einem wald und einem loch aaah das ist sowas spannendes was ist das hier noch ein kreuz liegt ein kreuz hab ich das auch ja kann ich aber ich kann es nicht aufsachen hast du aufgesammeltes kreuz ne das kreuz geht auch nicht ok wo ist denn der machi mit hin ähm bleibt mal hinten ich weiß wir wissen noch nicht wo du bist der ist ja durch oder durch die Wurzel ja da kommt er da hinten ist er aaah eine brennende Muschi ich war es diesmal nicht wie ist der Fall leider angebrannt ne die ist durch Feuer gerannt du kannst sagen du hast Lagerfeuer gerannt das ist auch schlau da kann man so kann man gezielt auch Lagerfeuer an die richtige Stelle setzen ne ja den einfach da auch aufnehmen oder ne kannst du nicht da wo weg da hab ich nicht erwischt guitschi zurück ach ihr hört aber auch nicht auf einen ne doch doch wir hören natürlich auf dich ja ja ich sag hinten bleiben wo stehen sie vorne dran da gibt das Wort Kanonenfutter einen ganz anderen Sinn ja erstmal gibst du mir jetzt was von der von der Mumu ab wo ist denn der jetzt hin hier ich will auch noch einen Teil von der Mumu gibts noch was von der mein Lagerfeuer hab ich eigentlich regelmäßig gesetzt gehabt irgendwann na aber es ist halt wirklich eine gute Variante und damit die Gegner da rein rennen das ist schon ähm klettert ihr mal links das Seil runter warte gleich ich sammle noch schnell aus den Kisten alles auf hier da gibt es ganz viel Stoff ohne Ende ja hau hau ein Meck in welchen Stoff mein Lagerfahrzeug mein Lagerfahrzeug ist alle was was ist hier ja ja das baut kurz aus das baut kurz aus das baut kurz aus was ist hier noch hier liegt noch ein Zettel warte geht nicht hä da steht aber was das sind Kissen oder so weinst du das hier stehe ich ja rüstig Markim ja wir gehen mal runter ja Markim äh da wo hörst du das wir sollen hier alleine runter gehen äh ich komm nach ha 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 Markim als hätte hier kommt wieder hoch was ne ich geh mit geh dir schreib gerade als hätte er jemals schon auf irgendwas gehört hehehe ja das ist ne und keins weiß noch was wir nicht hören wir haben keine Zeit für hören darf du stirb jetzt schreibt hier irgendjemand also ich weiß jetzt nicht ob da unten die Taucherausrüstung war oder weiter oder alles oben ha 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 Und das war der Taucher mal oder was? Da ist die Taucher, also bei mir steht die Taucherdings hier vorne, hier wo ich bin. Ja, die habe ich schon. Ich habe eine Druckluftflasche und ich habe die Taucherausrüstung, oder? Ich gucke mal schnell, ich prüfe das mal eben. Wo ist denn das jetzt? Müsste oben links sein, mit dem Tauchgerät. Hier genau, Tauchgerät mit L2. Muss ich die erst reparieren? Warte mal, muss ich die erst reparieren mit der Druckluftflasche zusammenbringen irgendwie? Nein, kannst du gleich anziehen. So. Aber ich kann aber nicht sehen, ob ich sie an habe. Doch, das siehst du unten, also ihr habt sie beide an. Ah cool, okay, okay, okay. So, das siehst du unten am unteren Bildschirmrand. Ach, weil da jetzt, ach so, das ist mir zu dunkel gewesen, du hast recht, ja. Da ist da so ein schwarzes Ding, was, wenn ich sage, rechts rüberführt, ja. Ähm, nur kurz, wollt ihr nochmal hoch, oder wollen wir zurück? Ist oben noch was? Ich weiß es nicht. Okay. Nö, wir können... Also nix wichtiges. Nö, dann lass uns doch mal tauchen. Dann können wir ins Wasser hüpfen, ja. Muss ich die Druckluftflasche noch irgendwie ausrüsten oder so? Nö, automatisch. Nö, du musst sie schon manuell nachfüllen, aber die ist jetzt manuell voll. Okay. Bloß seh ich fast gar nix. Aber geil ist das! Ja, Taschenlabel, das ist schon ziemlich geil, ne? Aber verschwommen seh ich halt das Ganze. Ja, gut, es ist unter Wasser, aber du kannst dich eigentlich nicht verfranzen. Nö, das nicht. Ach so, ich dachte, das ist, weil ich die Kontaktlinsen nicht drin hab. Hehehe. Ja, vielleicht noch die Maske. Ach guck mal, wie lange man damit tauchen kann, ist ja wirklich geil, ne? Ja. So, hier geht's hoch. Ach so. Ich hör Geräusche, das könnten Fledermäuse sein. Nein, das sind Babys, deswegen rechts bitte nicht hoch. Oh, warte mal. Warte mal, wenn das, warte mal, halt! Was, wo, wann? Kleiner Hinweis von meiner Seite. Ich hab die ganze Zeit die Ohrenstöpsel in den falschen Ohren gehabt. Hörger, wenn das rechts ist, dass die Figuren da drin sind, weißt du? Dann hab ich die Ohrenstöpsel falsch. Okay. So, jetzt wird mir kalt. Ja, ich weiß, ich kann's aber nicht ändern. Jörg, mir auch. Kannst ja pissen vorne dran. Einfach mal weiter. Da stirbt man auch nicht von, oder? Ja, in der gelben... Im gelben Wasser ist am wärmsten, ich weiss schon. Genau. Dann stimm einfach vorne dran vorbei, mei. Oh mei. Ihr seid noch... Ich hab Durst. Hier vorne hatte ich, glaube ich, ein Lacherfeuer. Okay. Echt? So war er, ist das Hammer. Ja. Juhu. Ja. Ja. Ja, ja. Voll. Was ist das jetzt hier? Ich hab noch drei Stück im Ding. Ja gut, ich würd's aber füllen und ne neue mitnehmen. Ja, das macht einen gewissen Sinn, ne? Dann nehmen wir die Druckluft... Druckluftflasche. Äh, wo sind die? Da oben in der Ecke. Dann L2 benutzen, oder? Ja. Genau. Ah, so geht das. Und dann ne neue... Arrumpf... Exarmat. Arrumpf... Oh, oh Oh, oh This is fun. Ah, oh Untertitelung des ZDF, 2020